Als sie gestern Abend in Leipzig aus dem Tourbus stieg, schien Britney noch leicht genervt. Doch schon wenige Stunden später ein ganz anderes Bild. Mit ein wenig weichen Knien, wie es scheint, verlässt die Pop-Diva eine exklusive Faktor. Hat Britney mal so richtig die Korken knallen lassen? Es sieht fast danach aus.